Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal von Schlaf und Haut. Du siehst es vielleicht schon am Tisch und auch am Messer. Wir haben hier ein Produkt für dich und zwar haben wir diesmal das Schlafgetränk von Sleeping für dich. Vielen Dank an dieser Stelle an Sleeping für die Zurverfügungstellung. Ob das Getränk hilft und wie es schmeckt, das erfährst du nach einem kurzen Hintergrund. So, ihr habt es bestimmt gerade schon hier gesehen, ich habe es mal in die Mitte geholt. Wir gehen gleich aber auch noch mal ein bisschen näher dran, dass ihr das Ganze ein bisschen näher seht. Auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Paket, tolle Qualität. Ist halt so eine wirklich robuste Pappe, bedruckt, sieht wirklich super aus, super gebrandet. Ja, sieht wirklich gut aus. Hinten alles, was man braucht an Informationen, gehen wir aber gleich näher noch drauf ein. Wir wollen das einmal kurz aufklappen und ja, wow, hier mit so Magneten ist das Ganze befestigt. Qualität von der Verpackung wirklich tip top. Erwartet einen auch direkt hier eine kleine Karte mit einer Nachricht. All you need is sleep. Was ich hier gerade hinten drauf sehe, ist ein Gutscheincode für eure Freunde, eure Familie ist auch noch dabei. Ich würde ihn euch zeigen, aber weiß ich nicht, ob ich das darf. Deshalb müsst ihr euch das Paket leider wenn selber kaufen. Okay, so, hier erwartet euch auch noch direkt eine Nachricht. Schlafgut. Das andere ist jetzt ein bisschen schwierig so zu lesen, kann ich aber gleich noch gerne noch mal vorlesen. Ja, ein kleines Heftchen noch dabei mit den Inhaltsstoffen etc. Gehen wir auch gleich noch mal näher drauf ein. Ja, und da sind auch dann schon die sieben Fläschchen. Schaut euch das mal an. Sieht super gut aus, wenn ihr das Paket so öffnet. Also wirklich schön gemacht. Aber jetzt gehen wir ein bisschen näher rein. Wir zoomen mal quasi jetzt im Video ran. So, jetzt sind wir auch ein bisschen näher dran und können das Produkt mal noch mal öffnen. Und ihr seht auch alles besser. Die Nachricht hier könnt ihr euch gerne mal selber einmal durchlesen. Einfach auf Pause drücken. Auf jeden Fall ist Schlafgut, das klingt schon mal gut. Ja, ein kleines Kärtchen. All you need is sleep. Hinten nochmal als kleiner Tipp mit einem kleinen Gutscheincode für eure Freunde oder für deine Freunde. und deine Familie drauf. Okay. Aber das ist Nebensache natürlich. Noch eine kleine Broschüre hier. Auch schön gemacht. Nochmal noch was über das Getränk. Die Inhaltsstoffe. Gehen wir aber gleich noch mal genauer drauf ein. Und hinten drauf noch ein paar Tipps zur Schlafhygiene. Da blende ich dir an dieser Stelle auch nochmal ein Video von uns oben ein. Den Link dazu. Wir haben auch ein Video gemacht über das Thema Schlafhygiene. Und welche Tipps und Tricks du umsetzen kannst, um deine Schlafhygiene zu verbessern. Okay. Aber das ist natürlich alles Nebensache. Denn Highlight sind natürlich diese sieben wunderschönen Glasfläschchen. beziehungsweise Fläschchen, die wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck machen. Lassen sich auch schön entnehmen. Also wirklich sehr hochwertig gemacht und machen einen sehr guten Eindruck. Da drin dieser Sauerkirschen-Saft, beziehungsweise das Sleeping-Getränk. Also alle Fläschchen sind gleich. Deshalb habe ich nur mal eine rausgeholt. Und dann schauen wir uns mal die Inhaltsstoffe an. Denn du wirst dich ja wahrscheinlich fragen, hey, wieso hilft mir das Getränk beim Einschlafen? Ja. So, dafür gucken wir uns die Rückseite mal an. Falls du dir das durchlesen möchtest, einfach auf Pause drücken. Dann kannst du das durchlesen. Ich werde das jetzt mal aus meiner Sicht hier nochmal einmal alles ein bisschen aufrollen und so halbwegs vorlesen. Also jedes Fläschchen hat 40 Milliliter. Das reicht bereits, um dir zu helfen, besser einzuschlafen. Ja, die Zutaten sind Sauerkirschen-Saft. An erster Stelle Wasser, Agavendicksaft, Passionsblumen-Extrakt, Zitronen-Melissen-Extrakt, Hopfen-Zapfen-Extrakt, Melatonin, Maltodextrin der Extrakte. Und ein Konservierungsstoff namens Kalium-Sorbat. Okay, also viele Pflanzenextrakte, die kommen auch in vielen Tees vor, die beruhigen und helfen dir auch ein bisschen runterzukommen, zu entspannen und dich zu beruhigen. Was wichtig ist, das steht hier unten nochmal, zeige ich dir nochmal ein bisschen näher dran. Das Produkt ist vegan, glutenfrei und laktosefrei und natürlich auch keine Pille, da es flüssig zugenommen wird. Ist ja klar. Ja, was ist jetzt das Besondere an diesem Produkt? Was ist jetzt hier das Besondere dran? Das ist ganz einfach zu erwähnen. Das ist das Melatonin. Ein Milligramm Melatonin ist in jeder Flasche und das ist auch das Besondere an diesem Produkt und lässt dich besser einschlafen. Oder zumindest ist das der Hauptgrund, warum du besser einschläfst. Ja, Melatonin ist ein körperliches oder vom Körper hergestelltes Hormon. Du denkst dir vielleicht jetzt, was, die verkaufen mir jetzt hier Hormone oder so? Keine Angst, Melatonin ist etwas ganz Natürliches. Normalerweise produziert unser Körper das von alleine. Sobald es dunkel wird, bekommen unsere inneren Uhren, also beziehungsweise deine innere Uhr, bekommt das Signal durch das nicht mehr vorhandene Tageslicht, hey, du musst Melatonin produzieren. Das wird dann am Abend immer mehr, sodass wir dann gut einschlafen können irgendwann. Allerdings, durch unsere moderne Lebensweise ist es jedoch am Abend noch sehr hell, zumindest in Räumen, in denen wir uns aufhalten. Hinzu kommen die weiteren Faktoren wie Stress, blaues Licht, durch Smartphones beispielsweise, die dazu führen, dass wir weniger Melatonin produzieren, als natürlich vorgesehen. So, okay, das mit dem Melatonin, denke ich, das haben wir jetzt alle verstanden. Jetzt kommt es darauf an, wie wirkt das Produkt. Deshalb werden wir das Produkt jetzt mal sieben Tage lang auch testen und dann melden wir uns gleich zurück mit dem Fazit. Also nicht in sieben Tagen, sondern für dich direkt jetzt im Video. Also, bis gleich! Nein, dein Bildschirm ist nicht eingefroren, keine Angst. Wir haben auch jetzt nicht sieben Tage gewartet, wir sind immer noch in der gleichen Szene, ungeschnitten. Wir haben uns nämlich ein zweites Paket zuschicken lassen und das schon mal im Voraus getestet. Vielen Dank, deshalb nochmal an Sleeping auch für das Zusenden der zweiten Verpackung. Dankeschön, Jungs! Ja, es wird angegeben, dass man das Produkt 30 Minuten vor dem Schlafengehen einnehmen soll. Das haben wir auf jeden Fall auch immer gemacht. Und ganz am Anfang erstmal das Produkt ist wirklich einfach einzunehmen, einfach Flasche auf, einfach rein damit. Schmeckt super gut durch die Sauerkirsche. Die anderen Inhaltsstoffe habe ich jetzt nicht so wirklich rausgeschmeckt, aber wirklich, also schmeckt gut. Aber auf den Geschmack kommt es ja eigentlich gar nicht an, sondern wie wirkt es? Hilft es beim Einschlafen, beim Durchschlafen? Ist man morgens eventuell fitter als normal? Beim Einschlafen hat es wirklich geholfen. Die ersten zwei Tage habe ich noch ungefähr 5 bis 10 Minuten. Nach diesen 30 Minuten, die angegeben sind von Sleeping, habe ich noch so 5 bis 10 Minuten dann wach im Bett gelegen. Und dann bin ich auch gut eingeschlafen und ich kann wirklich sonst nicht so super gut einschlafen oder nicht so schnell einschlafen. Und danach, nach den zwei Tagen, hat es wirklich nur eingenommen, 30 Minuten gewartet, ins Bett gelegt, 2 bis 3 Minuten und ich war direkt weg. Also bei mir ist es super funktioniert, was das Thema Einschlafen angeht. Fühlt man sich am nächsten Tag fitter, ausgeschlafener? Das kann ich jetzt so nicht direkt beantworten, weil ich fühle mich eigentlich morgens immer relativ gut ausgeschlafen, relativ fit. Deshalb ist das schwierig zu beantworten, kann ich jetzt leider so nicht sagen. Das müsste vielleicht jemand mal testen, der generell sich morgens sehr antriebslos fühlt oder auch nicht fit fühlt. Vielleicht immer denkt, er hat schlecht geschlafen, hat keine Energie. Der müsste sowas mal beantworten. Also falls du das Produkt schon getestet hast oder noch testen möchtest, dann schreib doch gerne mal danach in die Kommentare, wie du dich morgens gefühlt hast. Ich würde zu allen helfen, die das Video hier auf jeden Fall sehen. Also für mich war wichtig, dass es mir beim Einschlafen hilft und das hat es auf jeden Fall. Ganz, 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 ganz toll, muss man sagen. Und das ist ja auch das Problem bei vielen, dass sie einfach abends nicht einschlafen können und dadurch wertvolle Zeit, Schlafzeit verloren geht. Okay, wenn du dich jetzt fragst, hey, hattest du Nebenwirkungen oder so bei der Einnahme oder gab es irgendwelche Steuerfaktoren? Ganz klares Nein an dieser Stelle, obwohl ich es sieben Tage am Stück zu mir genommen habe, habe ich keinerlei Nebenwirkungen oder ähnliches gespürt. Und das gibt ja Sleep Inc. auch selber an. Also Daumen hoch an dieser Stelle. Ja, nächster Punkt, das Thema Preis, das so beliebte Thema Preis. Das Paket, so wie es jetzt hier steht, wenn es stehen bleibt, ja, kostet 20 Euro. Sieben Fläschchen kosten 20 Euro. Man bezahlt jetzt hier natürlich auch die hohe Qualität von dem Karton und von den Fläschchen und von dem Gesamtpaket mit. Und wir denken, das ganze Paket, so wie es hier jetzt steht und sowas, was alles drin ist, sind die 20 Euro wert, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man das Ganze mal so betrachtet, man bezahlt 3 Euro für eine Nacht, wo man gut eingeschlafen ist, ja, vielleicht gut geschlafen hat oder hoffentlich gut geschlafen hat und am nächsten Tag unter Umständen wesentlich erholter ist als sonst. Ja, und da sind 3 Euro eigentlich schon sehr gerechtfertigt, vor allem, wenn man mal überlegt, wofür man sonst 3 Euro ausgibt, ja. Beispielsweise, man holt sich eine Packung Chips, 2 Euro, eine Cola dazu, 3 Euro, ja. Aber das bringt einen nicht wirklich weiter und hier bezahlt man 3 Euro quasi und man hat eine geile Nacht und kann am nächsten Tag richtig mit Energy in den Tag starten und holt dann unter Umständen die 3 Euro direkt wieder raus, ja. Also unter dem Gesichtspunkt wirklich, wir denken schon, dass es die 20 Euro wert ist, das Paket, aber das muss natürlich jeder selber für sich entscheiden. Und man muss auch dazu sagen, du sollst das jetzt ja natürlich auch nicht jeden Tag nehmen. Also so wie wir das jetzt gemacht haben, wir haben es aber nur zu Testzwecken so gemacht, wir denken eher, dass das Produkt geeignet dafür ist, dass man es zu Hause hat, man weiß, man hat ein Produkt zu Hause, was einen schnell einschlafen lässt und dafür ist es ideal. Da hat es Stärken, auch auf dem Preis gesehen. Ja, gerade wenn du zum Beispiel Jetlag vorbeugen möchtest oder du am nächsten Tag eine wichtige Klausur hast, aber du komplett aufgedreht und nervös bist, dann weißt du, okay, hey, ich habe doch da noch ein Sleep-In-Getränk, ein Schlafgetränk in der Schublade, pfeife ich mir das einfach rein, ich weiß, ich schlafe schnell ein und bin am nächsten Tag dann einfach erholter. Also Einsatzgebiet unserer Meinung nach, klar, spezielle Situation, wo man am nächsten Tag auf jeden Fall erholt sein möchte und nicht der tägliche Gebrauch und dann relativiert sich das mit dem Preis auch wieder. Ja, wenn du jetzt Interesse hast an dem Getränk und das Ganze mal austesten möchtest, das Ganze ist auch risikofrei, du kannst dir das Ding einfach mal bestellen, probierst es aus, wenn es nicht funktioniert, schickst es einfach wieder zurück und kriegst dein Geld zurück. Ja, wenn du Bock drauf hast, schau mal unten in der Beschreibung, ich möchte das jetzt auch nochmal ganz offen kommunizieren. In der Beschreibung findest du einen Affiliate-Link, wenn du über den Link das Produkt kaufst, bekommen wir eine kleine Provision, für dich entstehen keine Mehrkosten oder so, da brauchst du keine Angst zu haben, wir bekommen vom Hersteller einfach eine kleine Provision, einen kleinen Teil des Umsatzes und damit supportest du uns quasi und wir können weiterhin coole, informative Videos für dich drehen. Okay, an dieser Stelle, das war es auch schon wieder von diesem Video. Vielen Dank, falls du ein Produkt über unseren Link kaufst, dickes Dankeschön, ansonsten gar kein Problem. Und ansonsten würde ich sagen, tu deinem Körper was Gutes, schlaf gut und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao! Ciao!